Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Ihr habt jetzt vielleicht auch endlich eure HP Reverb G2 bekommen, aber ihr habt ein paar Probleme. Vielleicht wird sie von eurem Computer nicht erkannt oder ihr habt Soundprobleme oder die Controller wohl nicht so, wie ihr es gerne hättet. In diesem Video habe ich mal alle Tipps und Tricks zusammengestellt, um die häufigsten Probleme zu lösen und ich zeige euch auch noch ein paar Kniffe, die ihr vielleicht noch nicht kanntet, um die Performance zu erhöhen und so weiter und so fort. Also, bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Willkommen zurück hier nochmal bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und wie ihr inzwischen schon wisst, geht es hier um die virtuelle Realität. Ich bringe euch unabhängige und ehrliche Reviews zu allen Vorheadsets, es gibt neue Neuigkeiten und es gibt auch mal so ein Tipps und Tricks Video, um euch da bei euren Schwierigkeiten zu helfen. Also, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, tut das jetzt doch mal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ihr habt also eure G2 erhalten, aber es gibt leider Probleme. Bevor wir auf die einzelnen Probleme eingehen, erstmal eine Sache, die wirklich wichtig ist und die vielleicht sogar einige von euren Problemen automatisch lösen könnte. Und zwar, habt ihr die neueste Version von Windows 10? Habt ihr das allerneueste Update? Denn da gibt es ein paar Bugfixes und das Bild der G2 sieht nach dem Update sogar nochmal besser aus, da da einiges optimiert wurde. Also die Frage, habt ihr die allerneueste Version von Windows 10? Wie ihr das überprüft, das zeige ich euch jetzt. Auf eurem Desktop klickt ihr ganz links unten hier aufs Windows-Symbol und ihr sucht nach Windows Update Settings. Das klickt ihr. So, dann geht es mit den Windows Updates los. Und hier zum Beispiel Windows Update. Es wird automatisch nach Windows Updates gesucht. Oder wenn danach nicht gesucht wird, dann könnt ihr danach suchen. Und dann steht hier zum Beispiel, okay, Microsoft Holographic. Das ist zum Beispiel hier ein Update für die Windows Mixed Reality Headsets. Und dann klickt ihr einfach auf Install Now. Und dann installiert ihr das Ganze. Das ist wirklich wichtig. Und das kann auch mal recht lange dauern. Denn da wird einiges runtergeladen. Und ja, das dauert dann halt in dem Moment ein bisschen. Und vielleicht wird auch mehrmals neu gestartet. Aber das ist wirklich wichtig. Also, bevor ihr irgendwas macht, macht das. Und wenn ihr vielleicht noch auf eure G2 wartet, dann könnt ihr das jetzt auch schon mal machen. Also, updatet Windows. Und ihr braucht unbedingt Windows 10. Ganz wichtig. Dann geht es jetzt weiter mit dem Ankabeln eures Headsets. Also, wir haben hier einmal Displayport und einmal USB-C. Und ganz wichtig, hier an der Breakout-Box gibt es auch noch so einen Anschluss. Daran kommt das Netzteil dieses Headsets. Also, das Ganze geht nicht ohne Netzteil. Ihr müsst das Netzteil unbedingt anschließen. So, jetzt aber mal zu den Computeranschlüssen. USB-C und Displayport. Klar, Displayport kommt in eure Grafikkarte rein. Und ihr braucht da Displayport 1.3. Und ja, USB-C steckt es einfach in den USB-C-Port. Zum Beispiel eure RTX-Grafikkarten. Wenn ihr da keinen USB-C-Port habt, dann steckt es einfach in einen USB-C-Port an eurem Computer. Solltet ihr keinen USB-C-Port an eurem Computer haben, dann benutzt einfach den USB-C nach A-Adapter, der auch in der Box drin liegt, und versucht einfach alle anderen USB-C-Anschlüsse an eurem Computer. Und dann müsste eigentlich auf eurem Desktop das Windows Mixed Reality Installationsprogramm aufpoppen. Das wäre wirklich wichtig. Aber leider ist es so, dass es bei einigen von euch nicht aufpoppen wird. Und ein Problem könnte euer Motherboard-Chipsatz sein. Denn mit dem X570 Motherboard-Chipsatz, da gibt es leider Probleme. Und wie wir diese Probleme angehen, darüber reden wir jetzt. Also, ihr habt diesen Stecker in alle USB-C-Ports reingesteckt. Ihr habt USB-C nach A-Adapter draufgesetzt. Da alles ausprobiert, alle USB-Steckplätze, die ihr am Computer habt. Aber leider alles ohne Erfolg. Ihr bekommt eine Fehlermeldung. Das Erste, was ich euch hier raten würde, schaut erst mal, ob vielleicht eure USB-Treiber alle auf dem aktuellsten Stand sind und ob die Treiber von Microsoft sind. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Okay, auf eurem Desktop klickt ihr wieder hier auf das Windows-Symbol und dann sucht ihr nach Gerätemanager. Ich habe hier eine englische Version. Also, ich suche nach Device-Manager. Aber bei euch dann Gerätemanager. Ihr klickt das an und dann geht das auf hier und dann sucht ihr nach Universal Serial Bus Controllers. Hier. Das macht ihr auf und ich habe jetzt eine ganze Menge Hubs dran und alles Mögliche. Aber was für euch wichtig sein wird, ist das hier. Intel USB 3.0 Extensible Host Controller. Das sucht man bei euch und macht mal einen Rechtsklick und dann Update Driver. Und dann sucht ihr automatisch nach Drivern. Hier, das hier, das Erste. Und ja, dann bei mir ist jetzt hier der beste Driver ist schon da und vielleicht wird es dann bei euch auf den besten Driver geupdatet. So testet ihr das. Und ja, ihr könnt auch natürlich die anderen USB-Hubs so überprüfen und das ist dann auf jeden Fall schon mal wichtig. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, könnte es an einer ganz bestimmten Inkompatibilität liegen. Und da haben einige Besitzer des X570 Chipsatzes Probleme, aber teilweise auch schon gelöst. Und zwar gibt es da wohl Probleme mit PCIe 4.0. Wenn man das auf dem Motherboard nach PCIe 3 runterstellt, dann haben die Probleme teilweise aufgehört zu existieren. Und da möchte ich euch mal den Reddit-Eintrag zeigen. Und zwar hat da ein User recherchiert und auf den Nvidia-Foren gesehen, dass es bei der PCIe 4.0-Implementation Probleme gibt. Und als er das Ganze dann nach PCIe 3.0 umgestellt hat, hat alles funktioniert. Und jemand fragt ihn, wie hast du das gemacht? Ja, On my board, it's an Advanced BIOS-Menü. Okay, also auf eurem BIOS, schaut mal im Advanced BIOS-Menü und dann Onboard Device-Konfiguration. Und da hat er einfach die folgenden Einträge alle nach Gen 3 geändert. Also von Gen 4 auf Gen 3. Und danach hat bei ihm alles funktioniert. Also gebt noch nicht auf, ihr braucht euch noch nicht den USB-Hub kaufen, sondern versucht das Ganze mal nach Gen 3 umzustellen und dann zu testen, ob eure Reverb G2 erkannt wird. Allgemein kann ich euch auch Reddit und da den HP Reverb Subreddit wirklich empfehlen, denn da habe ich eigentlich mein ganzes Wissen auch her. Und ja, wenn ihr das Englische mächtig seid, schaut mal rein. Ich habe das Ganze mal unten verlinkt und in der Beschreibung dieses Videos. Aber ich werde auch in diesem Video eigentlich alles, was ich hier gelernt habe, euch hier nochmal auf Deutsch erklären. Und ja, aber trotzdem, könnt ihr ja trotzdem mal schauen. Ja, vielleicht findet ihr noch eine andere Information dort. Wenn das alles nicht funktioniert hat, dann gibt es immer noch ein paar Dinge, die ihr überprüfen könnt erstmal. Und zwar ganz wichtig, ist das Kabel denn hier am Headset wirklich richtig drin? Ich hatte ein paar Tage gespielt, als ich das bekommen hatte und dann habe ich auf einmal diesen Fehler 1-4 bekommen. Und ich dachte schon, oh mein Gott, was ist hier los? Ist das jetzt einfach kaputt gegangen? Und ja, hat mich eine lange Weile zurückgehalten vom Spielen und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, das Kabel hatte sich hier gelockert leider. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass das richtig fest drin ist, denn das kann anscheinend sich recht leicht lösen. Also auf jeden Fall überprüft, ob das Kabel hier richtig drin ist. Und auch sehr wichtig, wenn ihr das Gerät an einem Laptop betreibt, der keinen eigenen Displayport-Adapter hat, sondern das vielleicht über Thunderbolt macht und ihr ein USB-C nach Displayport-Adapter braucht, ihr müsst sicherstellen, dass ihr einen Adapter hat, der Displayport 1.3 unterstützt. Das ist so wichtig, denn sonst geht gar nichts. Und ich habe euch aber auch mal einen unten in der Beschreibung verlinkt, der auf jeden Fall funktioniert. Wenn das alles nicht funktioniert hat, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit, die bei den allermeisten Leuten tatsächlich funktioniert hat. Und diese Möglichkeit ist es, einen externen, aktiven USB 3.0 Hub zu benutzen. Also aktiv heißt, der hat seine eigene Stromversorgung. Und welchen ich euch da empfehlen würde, da habe ich mal einen Link unten in die Beschreibung gepackt, der funktioniert. Jetzt wird eure G2 hoffentlich erkannt und dann könnt ihr meinem Setup-Video folgen, welches ihr hier findet. Ganz wichtig, schaut es euch an. Da zeige ich euch, wo ihr eure Spiele herbekommt, was ihr noch an Software installieren müsst und so weiter und so fort. Jetzt habt ihr alles installiert und ihr wart schon im ersten Spiel, ihr wart in eurem ersten Multiplayer-Spiel, aber eure Spielkameraden sagen euch, dass ihr euch echt schlecht anhört. Irgendwie zu laut, kratzig, irgendwas ist mit eurem Mikrofon nicht in Ordnung. Das Mikro der HP Reverb G2 ist wirklich gut, aber es ist sehr empfindlich und da ist leider, wenn man es zum ersten Mal einstellt, der Pegel nicht richtig eingestellt. Der ist nämlich auf 100% eingestellt, aber ihr solltet den auf mindestens 40% runterregeln und wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr mit der Maus rechts hier auf dieses Lautsprechersymbol, rechtsklick und dann Open Sound Settings, bei euch auf Deutsch dann höchstwahrscheinlich, dann hier Sound Control Panel anklicken, dann hier Recording und dann sucht ihr dieses Mikrofon hier raus. Das ist das Mikrofon eurer Reverb G2. Klickt hier auf Properties und dann hier Listening und dann hier das hier. Das ist bei euch auf 100, das muss aber auf ungefähr 40 stehen. Und wenn ihr das eingestellt habt, dann klickt ihr auf OK und das war's. Dann haben einige Besitzer der G2 über Probleme mit den Lautsprechern geklagt, dass es vielleicht überhaupt keinen Ton gibt oder dass es nur Kurzton über die Lautsprecher gibt, dann gibt es wieder Ton über eurem PC und dass das Ganze hier mal hin und her wechselt. Also, dass es irgendwelche komischen Probleme gibt. Die Lösung dafür ist auch recht einfach, denn diese Kopfhörer, die werden über Pogo-Pins hier mit dem G2-Headset verbunden. Und bei einigen Headsets kann sein, dass diese Verbindung ab Werk nicht richtig passt. Und dann macht ihr das Folgende. Einfach das Ganze hier abmontieren. Dann müsst ihr nur eine Schraube lösen und dann seht ihr das hier. Das sind diese Pogo-Pins. Und diese Pogo-Pins müssen hier genau damit Kontakt haben. Und dieser Kontakt kann sein, dass der unterbrochen war. Also, jetzt einfach diese Pogo-Pins ganz genau auf diesen Kontakten platzieren und dann die Schraube wieder hineindrehen. Und dann sollten eure Audio-Probleme komplett gelöst sein. Dann geht es jetzt um die Performance dieses Headsets. Es hat eine wirklich hohe Auflösung und nicht jede Grafikkarte kann die mit der vollen Auflösung ansprechen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr versteht, wo ihr die Änderungen machen müsst und welche Supersampling-Rate da die richtige ist. Und ob 100% Supersampling mit dieser hohen Auflösung eigentlich korrekt ist oder ob das ein Bug ist, wie viele von euch auf Reddit gelesen haben. Aber kann ich euch jetzt schon sagen, nein, das ist kein Bug. Das ist richtig. Und ich zeige euch jetzt mal, wo ihr welche Einstellungen vornehmen solltet. Ihr klickt auf eure Menü-Taste und dann kommt ihr zu diesem hier. Das ist das Steam-Dashboard. Hier klickt ihr auf Video-Settings und dann seht ihr das hier. Steam Home, wenn ihr jetzt in Steam Home seid zum Beispiel. Und hier bei 100% habt ihr eine sehr hohe Auflösung von über 3000x3000 Pixeln. Ist das korrekt? Ja, das ist tatsächlich korrekt, wenn eure Grafikkarte das schafft. Wenn eure Grafikkarte das nicht schafft und das Bild ruckelt zum Beispiel, dann könnt ihr hier einfach das Supersampling runterstellen auf einen kleineren Wert. Und ihr könnt auch für die verschiedenen Spiele das einstellen. Zum Beispiel Mail of Honor. Da könnte man es vielleicht auf 50% stellen. Es könnte aber wirklich auf euren Computer an. Und die verschiedenen Spiele haben eben verschiedene hohe Anforderungen. Was ihr allgemein auch einstellen könnt, ist hier bei Video und dann bei Render Resolution einfach auf Auto einstellen, wie ich es hier jetzt schon eingestellt habe. Dann wird das Ganze automatisch gemacht. Nochmal zur hohen Auflösung. Bei 100%, das ist tatsächlich normal, dass es so ein hoher Wert ist, also über 3000x3000, denn da wird die Linsenkrümmung noch mit einberechnet und auch etwas, das nennt sich Frame Buffer. Ja, das ist etwas höher deswegen, diese Auflösung. Es ist kein Bug. Dann auch eine wirklich wichtige Einstellung, die ihr vornehmen könnt. Und zwar geht es da um Reprojection. Das ist ein technischer Kniff, wo man nur 45 Frames rendern muss, aber das Ganze auf 90 Frames aufgewertet wird. Das heißt, in der Brille seht ihr dann alles wirklich flüssig, obwohl euer Computer nur 45 Frames pro Sekunde rendern muss. Und das könnt ihr auch ganz einfach einstellen und ich zeige euch jetzt mal, wo ihr das macht. Wieder in Steam auf den Menüknopf drücken, dann kommt das Dashboard hoch und ihr klickt auf diesen Windows-Button hier und dann auf Grafik. Und zwar hier jetzt, Default SteamVR App Motion Reprojection Mode. Und das schaltet ihr entweder nicht auf Disabled, dann ist es aus. Könnt ihr natürlich auch ausstellen, aber besser auf Auto, dann wird es automatisch eingestellt, dieses Reprojection. Oder auf SteamVR per App-Setting, wenn ihr das alles manuell einstellen wollt, und zwar für jedes Spiel. Also Auto ist schon eine ziemlich gute Einstellung hier. Dann reden wir jetzt über die Controller und erst mal über das Tracking. Da wurde ja schon viel drüber erzählt und ich kann euch nochmal sagen, das Tracking ist viel besser, als einige da draußen euch das Glauben machen wollen. Also schaut euch vielleicht mal mein Tracking-Review an, denn dort, hier, habe ich auch alle Informationen nochmal in einem Video zusammengefasst. Ganz kurz kann ich euch in diesem Video sagen, dass es wirklich sehr auf die Helligkeit in eurem Raum ankommt. Wenn ihr in einem lichtdurchfluteten Raum seid, wo ihr direkte Sonnenanstrahlung habt, dann wird das Tracking nicht wirklich gut funktionieren. Also Vorhänge vorziehen und am besten hier so eine Art Candlelight-Dinner-Stimmung erzeugen. Aber wenn es auch ein bisschen heller ist, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, keine direkte Sonnenanstrahlung und ja, auch kein Greenscreen am besten und auch keine, ja, keine sehr hellen Lichtquellen, wie hier zum Beispiel meine Scheinwerfer in meinem YouTube-Studio und dann sollte das Ganze ganz gut klappen. Dann auch wichtig, die Batterien. Ihr braucht unbedingt 1,5 oder 1,6 Volt Batterien. 1,2 Volt Batterien gehen zwar auch, aber da gibt es Probleme, denn die Windows Mixed Reality kann ja nicht genau erkennen, wie voll die noch sind und es kann sein, dass angezeigt wird, dass sie leer sind, obwohl sie eben nicht leer sind. Und deswegen gab es dann sehr viele, ja, Verwirrung und Leute dachten, hey, die Windows Mixed Reality Controller, die halten ja nur ein, zwei Stunden. Das stimmt gar nicht, ja. Die halten mehr als zehn Stunden ohne Probleme, wenn ihr halt 1,5 oder 1,6 Volt Batterien benutzt und am besten natürlich aufladbare Batterien benutzen. Und die Batterien, die ich euch empfehle, die habe ich unten unter diesem Video verlinkt und die funktionieren bei mir ganz wunderbar. Wichtig, ihr braucht auch den richtigen Auflader, das richtige Aufladegerät für diese Nickel-Cadmium-Batterien zum Beispiel, ne, Nickel-Zink-Batterien und, ja, auch unten in der Beschreibung. Wenn ihr da eine andere Technologie verwenden wollt, also nicht Nickel-Zink, gibt es auch andere und das geht auch. Hauptsache, 1,5 Volt mindestens. So, ihr habt jetzt alles eingestellt und alles funktioniert. Die Controller funktionieren, das Headset funktioniert, ihr habt euer Spiel runtergeladen, zum Beispiel Boneworks, ihr startet Boneworks und, was passiert, ihr kommt nicht über die ersten Bildschirme hinaus, weil ihr nicht klicken könnt. Irgendwas stimmt dann nicht mit den Controllern und auch bei anderen Spielen gibt es vielleicht Probleme, ihr könnt nicht laufen mit dem Thumbstick, irgendwas passt nicht. Dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Controller-Bindings nicht richtig eingestellt sind. Das ist leider wirklich nicht schön gemacht. Eigentlich müsste alles automatisch passieren und das soll auch so sein ab am nächsten Windows-Update, aber jetzt vielleicht noch nicht. Also, was macht ihr? Ihr müsst die Controller-Bindings korrekt einstellen und wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Wir sind in Boneworks hier und ihr wollt auf den Confirm-Button klicken, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Was macht ihr? Ihr drückt auf den Menü-Button auf eurem Controller, dann kommt das hier und dann klickt ihr auf Controller-Bindings. Und hier jetzt müsst ihr auf Custom klicken, hier und jetzt bei der nächsten Auswahl auf Choose Another. Genau, Boneworks. Und jetzt hier könnt ihr zum Beispiel das offizielle Binding aktivieren, aber mir ist aufgefallen, dass die Community-Bindings teilweise einfach besser sind und deswegen Community-Binding klickt dann hier auf Activate und dann auf Back und dann wieder hier auf Boneworks Return to Game und Jawohl, das war's. Dann wollt ihr bei euren Controlern vielleicht die Vibrationen ausstellen. Auch kein Problem. Das geht und wie das geht zeige ich euch jetzt. Ihr öffnet das Dashboard wieder mit dem Klick auf die Menü-Taste auf dem Controller, dann hier Windows-Knopf drücken, dann auf Input und dann hier rechts Disable Controller Vibrations of On und das wird erst beim nächsten Neustart von SteamVR wirksam. Ganz am Ende dieses Videos möchte ich euch auch noch zeigen, wie man das Gerät richtig aufsetzen sollte, damit man im Sweet Spot ist, damit man den größten Sweet Spot hat und das klarste Bild. Also, das Ganze solltet ihr folgendermaßen aufsetzen, nämlich nicht nur hier oben irgendwie, sondern ganz nach unten. Das hier, dieses Teil hier, sollte ganz nach unten. So ist es am besten und so seid ihr am tiefsten drin im Headset und eure Augen sollten dann in der besten Position sein, um den größten Sweet Spot zu haben und die höchste Klarheit. Bei mir funktioniert das wunderbar, aber Kopfformen sind da halt nun mal sehr unterschiedlich, aber so solltet ihr das Ganze aufsetzen. Und das war es für dieses Video. Ich hoffe wirklich, dass ich da einigen von euch helfen konnte, dass ihr ein paar Probleme lösen konntet und dass ihr jetzt mit eurer G2 hoffentlich Spaß haben könnt. Wenn dieses Video hilfreich für euch war, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen und teilt dieses Video auch mit anderen Leuten, die vielleicht mit ihrer G2 da Probleme haben. Dann, wenn ihr diesen Kanal toll findet und noch mehr von meinem Content haben wollt, hinter den Kulissen, wenn ihr mal richtig hinter die Kulissen schauen wollt, dann werdet Mitglied der MRTV Elite. Das ist mein Patreon-Kanal. Ab einem Euro seid ihr dabei und ich denke mal, das Ganze lohnt sich. Jo, das war es. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, tut das jetzt und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao.